Eben hat Pokémon bestätigt, man kann jetzt ingame finden, dass Titan Silvaro in seiner Jesui-Form in den nächsten zwei kommenden Wochen vom 6. bis zum 8. Oktober und vom 13. bis zum 15. Oktober in den 7-Stern-Rades als Titan gefunden werden kann. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze mal durch. Falls ihr Pokémon schon sucht, die ihr vorbereiten wollt, ich habe schon mal ein Video hochgeladen gehabt mit 6 Pokémon, die ich auf jeden Fall gegen den Titan Hisui Silvaro spielen würde. Das war letzte Woche schon, wie die Ankündigung kam. Wir können das Ganze nochmal ganz kurz durchgehen. Jetzt legt ihr wieder Poké-Wiki nicht. Wenn ihr gegen Silvaro kämpfen wollt, müsst ihr eine Sache ganz wichtig beachten. Also erstens, der Titan ist Terra-Typ Pflanze. Das heißt, Silvaro selber ist in seiner Jesui-Form ein Pflanze- und Kampf-Pokémon. Das ist ganz wichtig. Also der wird schon mal safe eine Pflanzenattacke und safe eine Kampfattacke haben. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass die Pokémon, die ihr auswählt, nicht diese beiden Schwächen habt. Dann kommt ganz wichtig zu, Silvaro hat sehr wahrscheinlich Drillingspfeile als seinen Angriff. Drillingspfeile ist ein Angriff. Wenn ihr euch trifft, dann senkt ihr eure Verteidigung mit einer Chance von 50%. Und man kann eventuell auch noch zurückschrecken. Und man hat eine erhöhte Volltrefferquote. Also ganz viele Bonis seit ihr, Tacke. Jetzt können wir sagen, ja, da spiele ich halt ein Geist-Pokémon. Dann treffen mich die Kampfattaken halt nicht. Ja, so leicht ist es leider nicht so ganz. Weil das Problem ist, dass wir hier Rauflust als Fähigkeit haben. Ermöglicht den Pokémon, Geister-Pokémon auch mit Normal- oder Kampfattacken zu treffen. Das heißt, Silvaro trifft euch auch mit Kampfattacken, auch wenn ihr ein Geist-Pokémon seid. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Deswegen können wir euch mal ausgehen. Den Angriff wird er haben. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ihr mit Laubklinge spielen würdet. Weil es ist ein physischer Pflanzenangriff, der im Endeffekt auch eine erhöhte Volltrefferquote hat. Was in das ganze Setup mit reinpasst, dass er wirklich sehr viel Schaden macht. Und bei Volltreffern bringt es auch nichts, dass ihr eure Verteidigung pusht. Weil Volltreffer treffen euch ohne Verteidigungspush. Das heißt, das ist nicht ganz so, ich sag mal, wichtig in dem Fall, wenn ihr auf dieses Setup geht. Dann können wir auf jeden Fall von ausgehen, er wird entweder Brotzer haben oder Schwertanz. Ich persönlich glaube irgendwie eher an Brotzer, was auch seine eigene Verteidigung pushen würde. Deswegen würde ich auch bei den sechs Pokémon, die ich vorgeschlagen habe, habe ich keinen physischen Angreifer reingepackt. Ich habe nur Spezialangreifer reingepackt. Weil ich mir denke, falls ihr Brotzer haben sollte, könnte es ein bisschen nervig sein. Und der zweite Grund ist, Silvaro könnte auch Daunenreigen haben. Und Daunenreigen senkt euren physischen Angriff. Das heißt, falls ihr Brotzer oder Daunenreigen hat, werden physische Angreifer ein Problem bekommen. Und deswegen bin ich von vornherein eher auf die Spezialangreifer gegangen. Weil egal was Silvaro hat, ihr werdet keinen negativen Punkt davon bekommen. Da können wir davon ausgehen, wenn wir uns das Moveset von Silvaro angucken, weil meistens haben sie ja drei bis vier Attacken, also drei bis vier verschiedene Typen, die Titanen. Da können wir sehr stark davon ausgehen, dass er eine Flugattacke haben wird. Wenn wir mal durchgucken, Silvaro selber ohne TMs kann schon mal vier Flugattacken. Er selber kann auch einige Flugattacken über TMs lernen. Es könnte sehr wahrscheinlich Sturzflug sein. Das hatte das normale Silvaro damals ja auch schon gehabt. Also haben wir schon mal eine Kampf, eine Flug- und eine Pflanzenattacke. Jetzt könnte man überlegen, was er noch haben könnte. Rein theoretisch würde Geist gehen über Schattenstoß. Wäre jetzt aber kein so starker Move. Das könnte er aber theoretisch haben. Falls es eine TM wird, und ich habe sehr viele Seiten gelesen, die davon ausgehen, dass er sowas wie Katapult oder Felsgrab spielen wird. Wo haben wir es? Hier hatten wir doch irgendwo gerade Gestein. Ich habe es gerade überblättert. Ich glaube, ich habe es gerade überblättert. Ne, hier Felsgrab. Genau. Dass er halt sowas mit reinnimmt, dass er eine Gesteinsattacke haben sollte, schreiben viele Seiten. So, also können wir davon ausgehen, er hat Kampf- und Flug-Safe. Möglich wäre auf jeden Fall Flug, Geist und Gestein. Das können wir uns mal so im Hinterkopf merken, dass wir diese fünf Typen im Raumchen haben. Alles andere wie Normal-ETC wird er sehr wahrscheinlich nicht haben. Und sonst Unlicht, sowas wie Abschlag, sehr wahrscheinlich eigentlich nicht. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Dann sehen wir, dass Silvaro selber ein Pflanzen-Pokémon ist. Also er ist ein reiner Pflanzen-Terror-Rate. Das heißt, er hat diese fünf Schwächen. Flug, Gift, Käfer, Feuer und Eis. Wenn wir die ganz kurz durchgehen. Bei Feuer hättet ihr eine Gesteinsschwäche. Das heißt, wenn Silvaro eine Gesteinsattacke kann, dann Feuer-Pokémon ein Problem. Und Kampf, was der Angriff ist, der eure Verteidigung senken wird, ist auf mal eins. Ist nicht ganz so praktisch, weil ihr bekommt trotzdem relativ guten Schaden. Gucken wir uns die nächste Schwäche an. Dann wäre Flug. Flug hat wiederum eine Gesteinsschwäche. Das gleiche Problem wie Feuer. Hier sehen wir, dass Pflanze und Kampf aber auf halben Schaden ist. Das heißt, hat Silvaro rein theoretisch keine Gesteinsattacke. Dann könnte man auch mit Flug-Pokémon spielen, weil die beiden stärkeren Moves machen bei euch nur halben Schaden. Dann sehen wir Gift. Und Gift ist für mich persönlich der Favorit der ganzen Runde, weil wir sehen gar keine Schwäche. Silvaro hat keinen Boden und keinen Psycho-Angriff. Das heißt, er kann nichts, was euch gefährlich werden kann. Dann Kampf- und Pflanzenattacken sind beides nur auf der Hälfte. Also auch die Moves, die am ekelhaftesten werden könnten, sind nur auf halben Schaden. Deswegen Gift mein persönlicher Favorit. Habt ihr aber auch an meinem Video mit den sechs Pokémon gesehen, dass eigentlich alle sechs Pokémon eigentlich Giftattacken können. So, die nächste Schwäche wäre Käfer. Ihr seht auch hier, Käfer hat Flug und Gestein als Schwäche. Auch zwar hier Kampf und Pflanze nur auf halben Schaden, was auch cool wäre. Aber hier sind schon zwei Attacken, die Silvaro haben könnte. Und von diesen fünf Moves, die wir uns rausgesucht haben, wird er sehr wahrscheinlich vier haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er Flug oder Gestein hat, ist sehr, sehr hoch. Deswegen Käfer wird sehr wahrscheinlich eine Schwäche haben. Dann haben wir noch Eis als letzten Move. Und bei Eis haben wir eine Kampfschwäche, das können wir vollkommen vergessen. Mit einer Kampfschwäche, einer Gesteinsschwäche und alles andere auf eins wird man keinen guten, also man wird nicht gut durchkommen. Das wird ein sehr großes Problem werden. Also Eis können wir komplett vergessen. Ihr müsst ganz wichtig, Leute, ihr müsst euch überlegen, wenn ihr Pokémon raussucht, immer darauf zu achten, was die Schwächen im Terra-Type sind. Und nicht unbedingt, was die Schwächen jetzt nur vom Pokémon selber sind. Ich meine damit, es gibt wahrscheinlich Pokémon bei Feuern, die keine Gesteinsschwäche haben, weil sie einen zweiten Typ haben, der Gestein abfängt. Kann ja sein. Aber sobald ihr Terra kristallisiert, seid ihr ja rein Feuer und bekommt dann die Gesteinsschwäche. Also ich würde auf Gift-Pokémon gehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, also das wäre so ein bisschen die Prediction, die ich jetzt hier so ein bisschen sagen würde. Was ich persönlich denke, wie es ablaufen wird. Aber wie gesagt, endgültig wissen wir es erst ab Freitag. Und dann wird es auch Videos geben. Dann können wir uns das Ganze nochmal testen, welches Pokémon gut ist, etc. Ein paar kleine Fakten kann man vielleicht noch mit reinbringen, die auch in der Ankündigung stehen. Es wird nur in Paldea spawnen, nicht in Kitagami. Das steht ja auf jeden Fall auch. Mehr steht ja eigentlich nicht. Was man auch noch erwähnen kann, so am Rande, ist, dass es noch ein Turnier im gleichen Zeitraum gibt. Also das heißt, ihr könnt auch ab dem, wo haben wir es denn, Anmeldezeit? Hier vom 6. bis zum 8. Oktober, also das gleiche Wochenende, ist auch im Endeffekt dieses Kitagami-Turnier, wo ihr mitmachen könnt. Exakte Regeln findet ihr auch hier. Zugelassene Pokémon-Turnierinformationen, also Ingame unter Poképortal. Aber ich werde nochmal ein separates Video machen, wie man sich anmeldet, was man so achten muss. Also da wird auch nochmal was kommen. Also keine Sorge, das gibt es ja nochmal heute im Laufe des Tages. Aber ab heute kann man sich ja anmelden. Also ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Bis bald wiedersehen.